Was war das? Was ist er? Was ist er? Er wirft! Granate! Granate, rennt Leute! Wir haben Content Warning gespielt. Diesmal erkunden wir eine verlassene Gegend und filmen alles mit einer Kamera mit, um es auf SpookTube hochzuladen, um fleißige Views zu generieren. Wenn euch das ganze gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch gerne Like und Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Viel Spaß! Okay. Wobei das ist doof, warte mal. Bende ist ja grün. Wie komm ich da hin? Ah, eh. Hä? Ah, ah, okay, warte mal, ich steh hier falsch. Gut. Okay Jungs, ich hab glaub ich meins gefunden. Ich guck dich die Kacke aus. Nein, warte mal, ich bin orange, jetzt kann es sein? Ja. Scheiße! Der Plan! Digga, das steht hier auf Deutsch, Junge. Der Plan. Runter in die alte Welt. Etwas gruseliges filmen, das auf SpookTube hochladen und berühmt werden. SpookTube, Junge. Ja, hier siehst du, SpookTube. Ehh, Scheiße, Digga. Digga, was macht der da? Die Sprinte. Digga, Alex, wenn du sehen würdest, wie du aussiehst. Digga, was hast du denn? Ach mein, Freifengi. Digga. Digga. Digga, was zum Fack? Ja. Spielstart. Au, seid ihr ready? Rücken an der Wand. Kamerauf. Kamerauf. Was ist das? Flashlight. Okay, warte mal. Record. Aim. Also wir haben nur so mit der Kassette. Jungs, crop ein Selfie. Ist auch Outro und Intro Film. Das ist wichtig. Warte, warte, warte. Dann machen wir jetzt das Intro. Hey, Leute. Warte mal den... Warte, stopp. Ich hab die Haftabaus. Ja, ja. Hallo, Leute. Willkommen bei SpookTube. Wir gehen heute... Wohin? Hunter, keine Ahnung. Wir gehen in die alte Welt. Was? Was? Hey, what the fack? Hey, sieht legit so aus. Wie viel Geld haben wir denn? Äh, was sehen wir denn? Ich möchte mal kurz anmerken. Ich hab grad... Ich hab grad beim Intro 15% verbraucht. Ja, das ist schlecht. Das ist halt eine Gruppe. Wir haben kein Geld. Ah, hier, Screenscreen. Hey, cool. Loil. Ne, warte, hier. Okay, was ist hier ein cooler Screenscreen? Achtung. Spugenraum. Die Leute, die Mondlandung ist fake. Wow. Okay, warte mal. Ich hab nur noch 81%. Ich glaub, wir sollten jetzt irgendwo hin. Ey, Jungs, springen... Springen verdauert... Er verdauert. Verbraucht keins stamina, ne? He. Geh. Geh. Es sind noch nicht alle Taucher drin. Wir sind wirklich Diver, Junge. Was war das denn? Was ist das denn? Die Füße. Hahaha. Jungs, der wurde einfach eingekwischt. Junge, also dein Kopf... Okay, alle... Bereit zum Abtauchen? Oh. Junge, Hälte. Ich bin dann checkt mal kurz, ob dein Batterie voll ist, weil mein ist wieder voll. 81% auf der Kamera, schade. Oh mein Gott. Digga, ist das ein big Raum. Warum? Also, ich kenne... Wie ist denn die Ocean Gate? Ich kenne gar nichts über das Game, ne? Null. Also, ich hab nicht mal den Trailer ganz gesehen. Ja, okay, was nicht lustig ist. Los, los. Du musst nur Konten machen, das ist egal. Ich denke, also, ich habe irgendwie das Gefühl, man hört sich voll schnell selber nicht mehr, wenn man ein bisschen weiter weg geht. Ja, ja. Also, die Mates. Oh nein, hier ist fucking Treppe nach unten. Alter, Echo. Ego. 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 Wir haben Oxidil, Jungs? Ja, ja. Wir haben Oxidil. Wo sind die Oxidil? Wo sind die Oxidil? Ja. Oh. Oh. Die Tür ist aufgegangen. Jungs? 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 Knochen? Lol. Knochenbrücken. Okay. Wer von euch will da durch? Ich filme euch jetzt wieder jemand rein verrückt. Alter, Leute, das ist richtig krass. Die Tür geht auf. Guckst du hier. Gehen sie sich Sachen. Gehst du wieder? Guck mal. Du. Du rein. Kann die irgendwas? Ich hab's auf Video mehr oder weniger. Ja. Dicke, Alec. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist weg? Run, Boy. Renn. Was? Er hat, er hat, er hat. Oh mein Gott. Er hat, er hat zwei Schneebesen als Hand. Oh mein Gott, rennen, Alter. Ah, Knochen, Knochen. Ey, ich hab 46% noch. Das ist das, was ich dabei hatte. Ich hab's doch den Job wieder. School. Alter. Wir haben ein... Oh, wir haben ein School gefunden. Ja. Reaktion auf das Gameplay. Digga, meine... Hahaha. Okay, ich hab 19% Film noch left. Ist das hier der Ausgang eigentlich? Oder was sind wir hier? Wir sind ja voll in die Sackgasse gelaufen. Ich hab's nicht falsch. Wir sind nach links, glaub ich, ne? Ja. Die Gegner wieder, oder? Wie sieht das aus? Ja, I guess. Seht ihr das? Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Vorm Greenscreen, oder? Ja? Ja. Okay, warte mal. Was spiegelt am besten das nieder, wo wir grad waren? Digga. Also legit. Das kann ich nicht reinschna... Höh! Bomber! Little Company. Legit, wie lang geht denn das? Soll ich einfach mal... Ich hab den Browser mal ganz kugel draufgepackt. Höh! Was? Schief. Was? Groben. Also Jungs, ich hab vorhin den Vortrag ruhig vorbereitet. Digga, ich kann dir die ins Gesicht hauen, Junge. Guck mal. Ich mach Outro damals so mit so... Rauszoomen so aus meinem Gesicht raus. Oder ne, das war Intro damals. Das sieht low-key aus wie Zizgo. Boah, das war eine richtig krasse Sache hier, die wir hier gemacht haben. Boah! Ich nehme die restlichen 6%, 5, 4, 3, 2... Lasst ein Abo und ein Like da. Und jetzt? Müssen wir jetzt auf CD drin. Okay. Okay. Ich hab jetzt die Kamera irgendwie reinpauten, reinöffnet oder auch noch was. Okay. Hä? Es gibt es irgendwo... Achso, lol. Lecks hat die. Auf der Couch. Casting. Hey Leute. Hey, was ist das ja wirklich? Willkommen bei Spirktube. Wir gehen heute... Wohin? Runter, keine Ahnung. Wir gehen in die alte Wände. Leute, die Mondladung ist fake. Wow. Ich film euch jetzt wieder jemand dran verrückt. Alter, Leute. Das ist richtig krass. Ich hab's auf Video mehr oder weniger. Ja. Digga, alle... Oh mein Gott! Warte! Renn! Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat zwei Schneebesen als Hand. Oh. Wir haben ein Skull gefunden. Ja. Reaktion aber. Das geht nicht. Ich bin Jason. Der Mixer. Das ist... Ey, ey! Du tust meine Kamera wegstoßen. Ey, Bro, Bro, Bro ist dancing. Siehst du nicht? Ja, 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 ja. Where is Blood heading? Deine findet Skull nicht cool, der Wichser. Oh mein Gott, was ne klasse Tour. Ey, ich hab Aufnahme. Hey, don't. Boah, das war eine richtig krasse Sache hier, die wir hier gemacht haben. Boah. Ich nehme die restlichen sechs Prozent. Fünf, vier, drei, zwei... Wir lassen ein Abo und ein Like da. Was soll ich denn das noch? Wer war ein Name mit 147 Euro, Junge? Dollar. 9284 ist das gut? Ja, das ist nicht mal ein Drittel. Ich weiß nicht. Ähm, Geiss. Der Skulli. Der Skulli hat den gefangen. Ja. Digga, was macht Lex da? Es ist auf dem Fernseher drauf. Digga, Daniel f*** den Fernseher gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Einen Tag verbleibend? Da sind doch zwei. Ich dachte es gerade auch, hä? Egal, wir haben jetzt ein bisschen Cash. Vielleicht können wir ein bisschen Fun machen jetzt. Was gäb's denn so cooles? Was News bringt? So ein Partypopper. Ein Partypopper und dann, wenn so ein Viech kommt. Ich bin Porta, Mike. Ich hab mit Soundplayer cool. Soundplayer sieht gut aus. Ja, mach, mach, mach. Das gibt Contest Content. Ich weiß nicht was er kann, aber. Ja, Order. Alter. Jo. Ja, ja, ja. Ja, das können wir machen. Willkommen bei Part 2. Ich hab schon gestartet. Mach Partypopper. Ja, mach. Partypopper. Haha. Es geht weiter in die Mine. Okay. Okay. Es ist dieselbe Map? Nö. Boah, links ist eine Hütte, eine verlassene. Kann es sein, dass man immer nach unten muss? Ey, hier ist jemand. Oh Gott. Aua. Au. Die Kamera. Wie skippe ich? Ah, so. So Jungs, ich hab da vorbeuget. Ich hab da vorbeuget. Ich hab da vorbeuget. Die nächste piece an den Gefallen. Die wollen wirklich da runter jetzt. Oh nein. Da wo der Typ ist. Oh Junge, er macht jetzt schon. Wieso denn alles was der Wix hat? Ich seh ihn heute nicht. Hä? Wo ist der? Du, Kaczoski hat. Wie geh und geh. Kommt der Mann. Woh. Merger, blöder. Woh. Wo? Alter Vater. Wo ist der? Blatt. Wo? Aua. Oh mein Gott, bitte geht nach oben. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Alter. Ich bin. Ich bin. Ich bin. mh. Wir haben ihn. So Jungs. Wir sind auf dem Weg nach hinten zurück. Klauze. Wir haben beide verloren. Ok Feuer. Oh Mann. Hä? Hallo? Hallo? Hallo?! Hallo? I'm alive! Ich bin auferstanden von den Toten. ich bin jesus ich bin zurück warte warte ich mache was fast fast hallo hey wie cool neues auto gefunden oh nein da kann man durchfallen ich bin der könig der welt ok wait 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 wir dürfen hier nicht runterfallen weil sonst das ende im ende wir haben jemanden verloren wir werden verloren ich will nicht will dieses check es okay es vorbei ist vorbei so sehr ready Ich filme, ich filme. Willkommen zurück bei Part 2. Warte, warte, warte. Willkommen bei Part 2. Ich hab schon gestartet. Mach Party Popper. Party Popper. Es geht weiter in die Mine. In die Mine einfach. Oh Gott. Die Transition. Aua. So, Jungs, unser Brawl wollte gerade getötet. Wir filmen die Leiche alle. Blatt ist dahinten. Ich hab einen getötet, jetzt. Okay, Jungs. Brawl, don't care. Okay, okay, Master, later. Der Rest ist an ihm gefallen. Okay. You're on, Cam. Komm, don't mind. Der Ghost is very clumsy. Wir haben keine Ahnung, wie wir sind. Brost! Blatt! Wo ist er? Wir sind Rache. So, Jungs, wir haben überlebt. Bis jetzt. So, Jungs, die sind auf dem Weg nach hinten und zurück nach Hause. Wir haben Bette verloren. Wir haben jemanden verloren. Wir haben jemanden verloren. Ich filme, ich filme. Wir sehen uns. Okay. This is Jackass. Aua. Geil. Das Ende ist ein wenig. Ey, das hat gute Views gemacht. Ja, aber for real, Jungs. Okay, nur noch 700 Views. Das schaffen wir, das schaffen wir. Na, das machen wir. Das ist aber ein neues Gesicht. Was hältst du von meinem neuen Gesicht? Nee, Bette, du brauchst noch einen X, wenn du noch einmal gestorben bist. Okay, warte, 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 warte. Okay, warte, warte, warte. Warte. Weil ich brauch einen neuen Flashlight. Ist das drauf? Nee, ich hab jetzt gerade gestartet. Oh Gott. Okay. Oh Gott, herzlich willkommen. Ah, ich hab gestoppt. Perfekt. Aua. Wir gehen weiter in unseren krassen Tank mit unserem Reporter Mike. Halt mich immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Ja, ja, ja. Wo bist du? Ja, will wir direkt nach unten oder gehen wir? Das ist ne andere, ne? Wo ist der Kameramann? Ich? Hier. Okay, Jungs. Warte, 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 warte. Wollte ich gerade. Bist du? Musst du hier runterhüpfen? Warte, warte. Ja. Ja. Das ist Jackass. Aua. Au. Okay, wo ist das? Ich hab'n Spine. Alter. Er hat richtig. Man könnte sagen, Alex hat Rückgrat. Okay, Jungs. Na, noch mehr Knochen. Screw. Screw. Okay, Jungs. Digga, was ist das doch für ne Boss-Walk auf einmal hier? Hey, legit? Okay. Wir haben hier ne riesige Halle auf einmal gefunden. Wir, wir finden jetzt nen Bosskampf. Trust. Wollen wir hoch? Ja, da richtig ist. Jungs, Jungs, Jungs. Blatt ist hier. Blatt ist schon wieder hier. Okay, gehen wir nach oben, oder wohin gehen wir? Wo ist er hin? Huh? Brofell. Brofell auf. Okay. Digga, das sieht bosshaft aus, oder? Das sieht ja alles. Ja, wir finden die wieder zurück, ne? Probisch aus. Das hat geladen. Ich glaub, wir haben nen neuen Boss gefunden, äh, Gegner gefunden, gefühlt. Wir haben irgendwie nix gefunden. Okay, Digga. Ich lauf da gegen. Na, ich lauf da gegen. Warte. Ich filme. Okay. Digga, what the fuck? Backflip. Oh, look at him. Was war das? Was ist er? Was ist er? Er wirft! Granate! Hä? Bomberman! Granate! Rent, Leute! Hä? Was ist alles rot! Nein! Was ist hier los? Er hat die Flairgang gezündet. Alter, war das grad Bomberhaft, Junge. Was ist der Flair? Junge. Ich hab nur noch 1%. Och, nein. Wir müssen ein gutes Intro filmen. Der Outro. Jetzt hier? Nee, zuhause nicht. Wir müssen erstmal zurückfinden, ne? Also, ich kenn den Weg to some extent. Oh, ich hab so viel Scheiße, also so viel Stuff gefilmt, glaub ich. Also, ich hab den fucking Granatwerfer, Digga, mit der Explosion drauf. Ab nach oben! Okay, warte. Wir haben noch eine, wir haben jetzt eine Sekunde Zeit, um richtig zu schreien. Okay? Okay. Okay. Soll ich jetzt einfach machen, wir schreien, das geht? 3, 2, 1, aaaaah! Oh, das ging nicht lang. Das ging gar nicht lang, das war eine Millisekunde. Es ist da, es ist da, es ist da. Ja? Aua! Aua! Das Bein ist gebrannt. Junge, 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 Alter. Seid ihr bereit? Alles gut? Seid ihr bereit für den massiven Film? Bänger, bänger, bänger. Ist das drin? Nee. Ich hab jetzt grad gestartet. Okay. Scheiße. Wir gehen weiter in unseren krassen Tank mit unserem Reporter Mike. Hörte mich immer noch? Ja. Das ist Jackass. Aua! Au! Okay. Yeah. Ich hab'n... Spine. Look at this. Spine! Man könnte sagen, Alex hat Rookshorts. Spine! Oh! Na, noch mehr Knochen! Spine! 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 Wir haben hier eine riesige Halle auf einmal gefunden. Wir finden jetzt einen Bosskampf. I wish I also had friends. Spine! Nochmal. Spine! 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 Was ist er? Was ist er? Er wirft! Granate! Granate, rennt Leute! Was ist hier los? Er hat die Flare angezündet. Alter war das gerade Bomberhaft, Junge. Ich schlaf heute hier. Alex sieht das aus. Was macht Alex da? Alex hat sich hier hangen. Nein, Alex, nein. Wie hast du das gemacht, Junge? So hängst du im Boot. Was? Wie du schläfst? Ich schlafe noch. What the fuck? Das wisst ihr, Daniel. Das ist einfach Jesus. Au! Wo bin ich? Okay, was passiert, wenn wir jetzt finishen? Ding dong. Okay, was passiert jetzt? 45k Aufrufe. Ich sitze auf dem Stuhl im Wohnzimmer. Kommt ihr? Ich steck fest. Ich steck... Ich steck in der Wand. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Ja, ich auch. Hey, ich hab dich rausgepackt. Hä? Digga, wo ist Alex? Ist die Frage. Ich seh Lex da hinten. Ich bin bei Lex. Ich bin bei Lex. Digga, was passiert hier? Komm mal zur Healerhütte, Daniel. Schnell. Bitte. Ich bin erst da, aber auch nicht. Du siehst gar nicht das, was ich sehe, oder? Guck mal bitte im Stream. Genau, du siehst das? Guck mal im Stream. Ich bin mal T-Pausen manchmal. Ich bin mal T-Pausen. Ich bin einfach dissiapiert. Jogi, ich bin am Überdingsen. Ich hab die Hilferscheingeschwindigkeit erreicht. Da sind wir jetzt alle da drinnen. Ja, da sind wir. Aua, 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 Aua. Ich bin wieder hier mit irgendwem. Ich bin verrückt. Aua. Aua.